Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal des Laser King. Das letzte Mal waren wir hier auf dem Hof bei Herrn Meier und werden uns jetzt hier weiter umschauen, weil wir einfach den Verdacht haben, dass es hier auf dem Hof oben gibt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier einfach ein bisschen um bei dem Auto. Da haben wir ein paar Spuren gefunden. Und Herr Meier in die Haus wird mir auch immer noch reinschauen. Äh, nee. Doch, wir haben ein Durchsuchungsbefehl. So, ich gehe auch einmal noch rein. Was? Wir haben schnell weg hier, wir haben schnell weg. Nein, hallo, Sie begehen jetzt keinen Fluchtversuch, hallo? Nö, nö, versuche ich nicht, hallo. Ich wollte nur das Auto testen. Mhm, ja, das Auto testen, das sagen sie uns alle. Jetzt ist jemand in mein Auto gefahren, jetzt sofort weg. Jetzt ist jemand in mein Auto gefahren. So. Ja, wir würden dann Ihr Auto hier bitte stehen lassen. Das heißt, Sie lassen Ihr Auto hier stehen. Ich fahre noch ein bisschen weg hier, dass wir hier das Auto... Und reparieren vielleicht. Nein, kontrollieren. Vielleicht reparieren. Ähm, ich würde mich jetzt hier in den Garagen noch umschauen. Sie bleiben mal bitte noch hier und lassen das Auto stehen, danke. Das ist teurer LKW, äh, LKW, ja, glaube ich auch, sogar. Hallo? Sie müssen jetzt nicht, aber den fahren Sie wieder zurück, haben Sie mich verstanden? Ja, ich werde mich hier erstmal umgucken. Ja, ich kann ja den auch noch für Sie hinterfahren. Ja, hier im Abfluss haben wir noch was gefunden, Herr Mayer. Herr Mayer, kommen Sie mal her. Herr Mayer, kommen Sie mal her. Herr Mayer, bleiben Sie sofort stehen. Nee. Jetzt muss ich untertauchen irgendwie, untertauchen, untertauchen. Das war ein Überschlag. Du musst untertauchen, untertauchen, untertauchen. Da. Ob wir hier noch was finden, wir fragen mal hier den Autofahrer, ob der was gesehen hat. Hallo, Sie? Den Fußgänger und den Autofahrer fragen, oder? Okay, dass die Schranke hier mal wieder hoch wird. Äh, sehr geehrter Herr Fußgänger hier. Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Ja, gut, dann halt Sie nicht. Dann der Autofahrer. Äh, ich hätte gerne eine Frage. Haben Sie hier einen silbernen, äh, BMW gesehen? So einen kleinen M3? Ja, der ist Ihnen da vorne entgegen. Da vorne an der Straße, okay. Dann fahren wir mal da vorne. Ah, da vorne beim Supermarkt, da ist was. Da beim Supermarkt, hast du es gesehen? Da hat was geschimmert. Und jetzt ist da auch noch Licht. Ah, Herr Meier! Oh nein. Ah. So, stopp. Ihr habt's doch alle einen an der Schüssel. Stopp. Stopp, Herr Meier. Stopp. Ihr habt's doch alle einen an der Schüssel. Nein, haben wir nicht. Ähm, Sie werden jetzt vorläufig festgenommen wegen Flucht. Wieso das? Wegen Flucht. Stimmt nicht. Halt, nein. Doch, das stimmt, doch, das stimmt. Flucht, kommen Sie her. Ich war gerade einkaufen. Ich war einkaufen. Waren Sie nicht. Sie sind vor uns geflüchtet. Und dann rangen Sie mein Auto von hinten. Nein, ich war so rammeln. Ja. Sie waren nicht einkaufen. Sie sind vor uns geflüchtet. Nee, ich sollte nicht flüchten. Sie fahren uns jetzt sofort hinterher. Ne. Mercedes. Haha. Ah, jetzt. Hallo? Ja. Okay. Ja. Ja, jetzt schon wieder rammeln, g'er? Ich hab gesagt, Sie fahren uns hinterher. Sechs ein halb Stunden später. Ich wechsle jetzt auch mal mein Auto. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Hm? Ja. Jo. Du hast ja im Moment keine Erlaubnis in diesem Spiel. Okay, trau auf mir bitte diesen. Pick up, Ding. Jawoll. Das Ding fällt mir ja gleich viel mehr. So, jetzt schauen wir mal, was der hier macht. Was hat er da planen zu machen? Wir schauen jetzt mal, wo er hinfährt. Wir fahren jetzt immer auf Undercover-Streife. Hm? Hm? Ja, nehm mal aus der Skabel durchgebissen. Da muss ich schnell was holen, ja. Ähm. Aha. Okay. Gut. Einmal ist es auch repariert. Was macht der da irgendwo? Über das Feld fahren? Ah, da ist das Haus okay. Alter, Falter, habt ihr eigentlich alle eine Störung, oder was? Die haben mich angerufen, weil die Garagentor nicht... Ja, was ist das Haus? Ja, was gibt's? Würden Sie, wie gesagt, gerne jetzt vorläufig festnehmen, weil Sie hier geplant haben, die Drogen in der Mülltonne zu verstecken. Wir haben Telefongespräche abgehört. Ja, was für Drogen? Was für Drogen? Und hier in der Mülltonne zu verstecken und sie dann mit dem Hausbesitzer zu dealen und auch. Okay. Tschüss Herr Mayer. Tschüss, korrupter Kopf. Ja, aber dann haben wir den Drogendealer geschnappt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch dieses ganze Hinterherfahren gefällt und diese Polizeistreifen und hier diese Verfolgungsjagden, dann lasst gerne ein Like da, dass ich weiß, dass ich öfter solche Videos produzieren soll. Und dann würde ich sagen, bitte noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.